Der Gottes Wohlstands heißt in Singapur das neue Mondjahr willkommen. Das Jahr des Ochsen, so heißt es, ist ideal, um zu heiraten. Doch wer hofft, dass alles besser wird als im vergangenen Jahr, wird von asiatischen Wahrsagern enttäuscht. Großmeister Tang Kun Jong muss es wissen. Der Astrologe erwartet ein unruhiges Jahr mit vielen Katastrophen. Auch Barack Obamas erstes Jahr als US-Staatschef steht für ihn unter schlechten Sternen. Der neue Präsident ist im Jahr des Ochsen geboren. Das bedeutet einen Konflikt mit der diesjährigen Sternenkonstellation. Ich spüre, dass die US-Wirtschaft sich dieses Jahr nicht erholen wird. Die Turbulenzen an den Börsen werden laut Großmeister Tang bis zur Jahresmitte anhalten. Vor allem auf Chinas Wirtschaft sieht er Probleme zu kommen. In jedem Jahr, das mit der Neuen endet, wird in China Chaos herrschen. Weiteres Chaos, sagt Tang für den Nahen Osten und den Gaza-Konflikt voraus. Unruhen soll es auch in den Nachbarstaaten geben, in Südamerika und Afrika. Dieser Ochse ist ein Ochse der Erde, aber er trägt das Element des Feuers in sich. Damit wird er das ganze Jahr über sehr schlechte Laune haben und die Menschen werden aggressiver und impulsiver sein. Kriege sind damit unvermeidlich. Angesichts solch düsterer Aussichten hat der Wahrsager Jet Li Jig Tzu einige Ratschläge. Kräftigen Sie Ihre innere Stärke. Sie müssen sich im Klaren über Ihre Richtung sein. Sie müssen viel handeln. Sie werden sehr wahrscheinlich viel denken. Aber wenn Sie zu viel denken, können Sie am Ende keinen Gedanken in die Tat umsetzen. Das wäre nicht gut. Doch es gibt auch Hoffnung. Laut den Astrologen muss man eine positive Einstellung bewahren und seine Launen im Griff behalten. Dann geht auch das Jahr des Ochsen ohne allzu großen Ärger vorbei.